Ja, willkommen zurück zu diesem Let's Play. Der Jedi-Ritter. Auf EO-Karten sind wir jetzt. Ja, die Imperialen und die Republikaner sind ja hier hinter einer Superwaffe her. Wie natürlich auch irgendwo. Wir möchten natürlich als erstes haben. Ja, in der letzten Folge habt ihr noch gesehen, da haben wir uns mit der Kaiserin Asina verbündet. Mit dem Imperium. Ein Jedi verbündet sich mit dem Imperium. Ja, kann passieren. Und ja, erstmal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Dass ihr wieder dabei seid. Da freue ich mich drüber. Wir haben hier mit den Staat hier. Den Terror. Der ist mit dabei. Und wenn wir sagen, dann geht es jetzt mal zur Kaiserin hin. Mal sehen, was sie uns zu sagen hat. Es ist schon viel zu lange her, dass ich republikanisches Blut vergossen habe. Nichts für ungut, Commander. Unsere Allianz ist weiterhin ein Erfolg. Erst gegen das ewige Imperium und jetzt gegen Malcolms Gesindel. Wir haben unsere Basis gesichert und die republikanischen Truppenwinseln zu ihren Meistern zurückgejagt. Je näher wir uns kommen, desto beeindruckender sind unsere Ergebnisse. Unsere vereinte Schlagkraft wird Malcolm in Angst und Schrecken versetzen. So wie ich den Oberbefehlshaber kenne, plante bereits den nächsten Schritt der Republik. Die Stoßtrupps Aurek und Greg haben schwere Verluste erlitten. Die Überlebenden erwarten eure Befehle. Asina muss das sicher lieben. Aber ihr Sieg gehört ihren Verbündeten. Ihr habt den Bericht über den Allianzkommandanten zusammengestellt. Wie lautet eure Empfehlung? Er ist ein hartgesottener Veteran, der über umfangreiche Truppen und Ressourcen verfügt. Selbst mit unserer Truppenstärke bezweifle ich, dass wir im direkten Zweikampf eine Chance haben. Eine asymmetrische Taktik wäre am besten geeignet. Ein Überraschungsangriff mit chirurgischer Präzision. Dann sollte sich der Allianzkommandant auf einen Schock gefasst machen. Versammelt eure besten Techniker und ruft die Truppen zusammen. Ich komme nach Iokard. Womit haben wir es zu tun? Die Republik hat eine massive Basis aufgebaut. Ihre Verteidigung ist beeindruckend. Aber ihnen fehlen die Vorräte für einen langen Kampf. Wenn wir Malcolms Basis belagern, können wir der republikanischen Offensive die Luft abschnüren und den Krieg gewinnen. Ihr kennt euren Vater besser als wir alle. Wie können wir ihn brechen? Malcom und ich stehen uns nicht nahe, aber er ist nicht schwer zu durchschauen. Er denkt wie ein Soldat. Sein Leben misst er in verlorenem Boden und gewonnenen Kämpfen. Jede Niederlage ist eine Chance. Er wird unsere Überheblichkeit ausnutzen. Und dann lässt er seine Falle zuschnappen, sobald wir die Deckung verlassen. Wenn ich Malcom wäre, würde ich genau in dem Moment angreifen, in dem wir die Basis betreten. Da drin wären wir gefangen, blind und säßen mitten im Kreuzfeuer der Republik. Das wird sicher ein Vergnügen. Hört mir einen Moment zu. Meine Späher haben kürzlich eine Waffenfabrik gefunden. Sie wird von einer Gruppe Iokard-Ruin beschützt. Und ist bis oben hin voll mit gefährlichen Spielsachen. Was haltet ihr davon, wenn wir diese Fabrik plündern und mit der Beute Malcolms Basis vernichten? Werden die Waffen von Iokard ausreichen, um die Verteidigung eures Vaters zu durchbrechen? Malcom wird sicher nicht damit rechnen. Was bedeutet, dass das wohl unsere beste Chance ist? Sprecht euch mit Lana ab und bereitet den Angriff auf die Basis vor. Teron und ich holen uns die Waffenfabrik. So. Ja, wer weiß, ob nicht nachher Blut dicker ist wie Wasser. Na, ich glaube, Teron sich vielleicht noch in den Rücken fällt. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Warte mal, wo müssen wir bis hin? Kurz eben. Irgendwie sollen wir da hin. Wir werden es schon wieder hinkommen. Wir werden es schon wieder finden. Wo sind wir denn hier überhaupt? Hier. Warte mal, wir satteln mal auf. Und dann gucken wir mal, wie wir jetzt... Ähm, wie kommen wir denn da jetzt hin? Warte, warte, warte. Wir müssen hier irgendwie da hin. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Bereich überhaupt da hinkommen, Leute. Vielleicht doch einen anderen Weg durch die Base, weil wir gucken mal eben nach. Wahrscheinlich hier lang. Das sieht gut aus. Und jetzt müssen wir irgendwie in die Richtung. Ich folge einfach mal oben rechts von dem Radar. Oben rechts seht ihr, wo ungefähr hin müssen. Und unten rechts müssen wir es machen müssen. So, gut, hier sind jetzt Truppen. Wir orientieren uns mal ganz kurz wieder. Wir müssen dort unten hin. Seht ihr das? Da ist ein Kringel. Superwaffen, Komplex, Transporter. Und da müssen wir wohl hin. Ich vermute es aber mal. Einfach hier den Weg runter, seht ihr das? Und dann müssen wir da ja irgendwie hinkommen. Den Weg hier. Irgendwie den Weg folgen. Folgen sie den Weg. Äh. Ja, aber hier lang hier. Hallo. Autsch. Echt jetzt? Ach, kommt, Leute. Ups. Ja, das glaube ich auch. Hi. Okay, das waren jetzt nur die zwei. Jetzt laden wir nochmal wieder auf. Gut. Da kommen wir nicht lang. Der wird uns wahrscheinlich gleich wieder vom... Ne, der hat uns gar nicht gesehen. Oh, die haben uns aber gesehen, ja. Durchhalten, komm. Einfach weiter reiten. Dumm, die 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 dumm. Äh. Ich fährt einfach mal los. Ich weiß gar nicht, ob wir die sind mehr noch. Ja, tut ein bisschen weh jetzt. Stell dich so an. Wir haben es auch fast geschafft. Ah, guck mal, das sieht doch gut aus. Oh, warte mal hier. Ah, ja, ja, warte, 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 ich steck mal kurz ab. Absteigen, sagt ich. So, warte mal, warte. Das machen wir später. Das können wir verkaufen. Hier, das sind doch hier. Uff, Trophäen. Fein. Ja, ich hab das hier noch nicht auf 100% noch nicht. Bin ja nicht zugekommen. Aber jetzt kriegen wir ein paar Trophäen dazu. Das ist ja wunderbar. Äh. Jetzt haben wir auch mal ein. Und das verkaufen war. Das wird so gewesen sein. So. Auf zur Waffenfabrik. Kommander, Assina hat mich über euren Plan informiert, das Waffenlager zu erobern. Und? Kommander, ich habe eine Übertragung empfangen. Sie ist stark verschlüsselt, aber sie scheint von Scorpio zu stammen. Sie sagt, dass nur die Götter uns die vollständige Kontrolle über die ewige Flotte zurückgeben können. Fragt mich nicht, was sie damit meint. Ach, jetzt redet sie auch noch an Rätseln. Warte mal, wir müssen irgendwie direkt über... Hallöchen! So. Stopp. Dort. Also, der Selberlinge hat uns nicht gesehen. Das ist schon mal ganz nett. Werder noch. So. Ich glaube, das ist vollkommen gar weg, wir nehmen. Ich glaube, das ist vollkommen gar weg, wir nehmen. Ja. Warte mal, meins. Wo müssen wir das noch hin? Ah, da hin. Ja, da, 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 da. Give me a caren. Echt jetzt? Keiner da? Da. Weg. Weg. Ich will. Ah. Genau, von der Nase. Ah. Drei. Hier. 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 Komm mal rein. Hier. 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 Jetzt hat er uns gesehen. Ok ok Teron, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Irgendwie in die Richtung? Schauen wir mal eben. Ja, da vorne müssen wir hier das. Ja. 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 Das ist hier nur noch ein kleiner Robby Das ist nicht so gut hier Das ist nicht so gut Das ist nicht so gut Warte mal, den da weg Und den da Den da Ups, das war der falsche Ähm, die kommen ja mal wieder Hallo Ähm, das ist eine schlechte Idee Ich mein, ich krieg den so jetzt auch platt Aber langsam Das war der falsche Na gut Jetzt hat er selber seine junge Lady Sehr schön Und da Dann Das war's, dann bin ich Kehre zu Info, Jan. Wahrscheinlich können wir doch eine Schnellreise machen, oder? Oh, warte mal leider. Allianz Flottenturm, einfach mal hin. Ob das geht hier jetzt, weiß ich nicht. Allianz Flottenturm Blutzen 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 Vielen Dank.